So, willkommen zurück zum Mass Effect. Ja, das sehe ich auch. Das sehe ich auch, Gareth. Okay, wir müssen zu den Trucks. Level 16. Sehen Sie nur, die Nuklearwaffen haben wohl nicht alle Pflanzen ausgerottet. Sie sehen wie Hoffnung. Alles, was davon auf Tujanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper stört immer noch den Mantel. Kommen Sie da raus, dann holen wir Sie ab. Wir haben Bewegung. Wir sind dabei. Jetzt geht es wieder los. Ich würde gerne wissen. Los! Verdammt! Na, super! Was ist denn das? Okay, ich brauche eine andere Waffe. Oder ich muss Granaten werfen. Sehr schön. Jetzt hier noch eine. Die ist für dich. Boah, diese Waffen ziehen hier so ekelhaft hoch. Einen Augenblick. Oh! So, weiter zu den Trucks. Wo müssen wir hier bitte schön hin? Ach so. Okay. Okay. So, hier ist noch eine gute Stelle, um... runterzufallen. Ja, das sehe ich, dass es noch nicht vorbei ist. Los! Komm schon! Ah, super! Oh, nein! Ach, du heilige! Nein! Kacke, 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 kacke! Okay. Du willst also eine Granate? Da hast du eine! Verdammt! Die waren nicht richtig getroffen. Nein! Los! Kacke! Ja, super! Jetzt habe ich... Na, ich wollte mich eigentlich heilen. Verdammt! Wo ist denn das? Das ist doch erste Hilfe. Ja, bitte! So sieht's aus. So sieht's aus. Sie hatten recht mit Kairos. Sie ist unterwegs. Wir haben schon darüber gesprochen und... Was ist denn? Ruhe, Reef. Der Commander hat gerade genug Sorgen. Was ist denn los? Nur so eine Idee. Wir reden darüber, wenn sie da raus sind. So, auf jetzt! Ach, komm schon! Sieht aus, als wäre eine Brücke in der Nähe. Dort holen wir sie ab. Wir sind gerade mitten in einem Feuergefecht. Genießen Sie es, solange Sie können. Und Bäm! Ich hasse diese Typen! Und die! Nein! Verdammt! So, das war's aber jetzt auch mit euch. Ihr Drecksviecher. Scheppert, wir sind unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann geht's zum Mantel! Alles klar! Moment! Kairos! Reef! Ach, du Scheiße! Kairos Territorial Instinkt bestätigt. Mal sehen, wie schnell sie ist. Ach, du Kacke! Ja, äh... Ach, nö! Nein! Nein, 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 nein! So! Du Penner! Oh, komm! Nein! Super! So, auf jetzt! Nein, 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 nein! Ich brauch Esshilfe. Jetzt sofort! Los! Puh! Freunde, das war einfach nur knapp. Das war einfach nur knapp. So, weiter. Im Programm. Scheppert, wir sind Kairos, fast los! Suchen Sie einen Weg nach unten, wir sammeln Sie ein! Ein Weg nach unten. Ja, hier ist noch ein Weg nach unten. Scheppert, in den Frag! Tora, Kräutendengel! Der Dreschland ist immer noch da! Beheilung, Reef! Wir sind auch geschützt! Beweilung! Oh, nein! Es ist Tarnow! Los, Scheppert! Wir sind drin! Los! Gib Gummi! Ihr Kroganer-Freund könnte noch leben! Tora, Quarka, ein Freund! Jetzt geht's erstmal um einen Reaper! Und das wird witzig! Und interessant! Wenn ich weiß nicht, wie wir den niederstrecken wollen! Hoffentlich gibt's einen Plan B! Wir hatten schon öfter schlechte Chancen! Aber bis zu diesem Turm, ich weiß nicht, Scheppert! Wir gehen erst weg, wenn die Genophage geheilt ist! Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist! Es ist Ihre, nicht meine! Kallros! Wir locken Sie zu dem Reaper! Geht das überhaupt? Strategie klar! Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird! Nach allem, was wir durchgemacht haben, warum nicht? Ist ja nur ein Dreschland! Ich hätte so viel Mut bei einem Menschen nicht erwartet! Und wie rufen wir Sie? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kallros! Die Salarianer dachten, sie würde Eindringungen fernhalten! Scheint geklappt zu haben! Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt! Wenn Sie sie aktivieren, kommt Kallros! Und der Reaper ist beschäftigt! Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor! Sorgen wir dafür, dass wir alle liebend hier rauskommen! Diese Geschichte muss erzählt werden! Schöpfe! Lassen Sie sich nicht umbringen! Kämpfen Sie einfach wie ein Kroganer! Ja, diese Geschichte muss erzählt werden! Also, der räumt auf jeden Fall richtig ordentlich auf! Ach, du Sch... Scheiße! Oh, nein! Los, komm, 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 komm! Ja! Boah, wie viel sind denn das? Granate! So! Gut, Freunde! Im nächsten Part wird's besonders spannend! Also, bis dann!